Du blöde Kröte! So toll! Ach, geht's doch noch weiter rauf. Lass mich raten, da ist noch mehr. Opsala. Nee, 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 nee. Ach, schön. Schöne Musik, Leute. Wirklich schön. Ah, ich mach wieder Kack! Ich mach wieder Kack! So. Schlimm, ne? Immer den Mist hier bauen. Okay. Da muss doch was sein, wenn es sich so lustig hindreht die ganze Zeit. Na? Was wartet da oben? Noch mehr Steine. Okay, hat geklappt. Huh! Du Schwein! Dir scheint nicht richtig zu sein, das ist gut. Alter Schweiden! Aber klappt. Ach, und da ist das Exit. Ja, das war ein kurzer Level, muss ich sagen. Juhu! Das war ein kurzer Level. Wunderbar. Wir haben es geschafft. Was kommt? Tempel des Dummdi-Dummen. Na, sehr gut. Das hört sich wieder so nach Schloss an. Da warten bestimmt wieder ganz fiese Fallen auf mich. Uh! Alter! Fallen hier einfach mal so fette Brocken runter. Guckt's euch an! Hui! Mach das nicht! Mach das nicht! Die werden immer schneller hier, kann das sein? Huh! Na komm! Nee! Einfach nee! So! Ich spring halt jetzt durch, ne? Ist mir egal. Oh! Ich wollte doch zwirbeln! Mann, Mädchen! Zwirbel doch! Oh! Au! Ja! Oh! Ja! Nee! Geh weg! Äh! Geh weg! Oh! Da! Warum? Sind die auf einmal weg? Ist ja gemein! Ja, aber was ist hier nicht gemein, ne? Muss man sagen. So sieht's eher aus. Okay, lass mich raten. Ja! Schieb ihn! Schnelle! Was? Ein Kreuz? War das... Was? Ich will doch hochspringen und dann erst... Ja! Also manchmal... Die Steuerung will nicht so, ne? Huh! Oh Gott! Nö! Das ist ja fies! Ah, ich wollte den Roten noch. Egal! Reif drauf! Ich will hier einfach raus! Ich will hier raus! Ich will wieder in schöne Gebiete mit schöner Musik! Ich meine, die Musik ist überall schön hier, aber... Ne? Ich will wieder in landschaftlichere Gebiete. Ui du! Ja! Hahaha! Das ist ja nett! Guten Tag! Da läuft mal ne Flammenwand durch! Wer soll'n das? Och ne! Oh Gott! Ja! 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 Geh doch hoch! Nein! Mach schnell! Bang bang! Und durch! Und durch! Hahaha! Hahaha! Ich hab's doch gesagt! Die Fallen, ne? Richtig fiese Fallen hier! Und rüber! Oh Mann! Wer denkt sich das aus? Ist ja fies! Na! Gehst du! Mädchen! Warum machst du nicht so wie ich das will? Manchmal will ich einfach nur nach oben... Ja, seht ihr? Und dann springt sie rüber! Och! Komm schon! Das war ein Treffer! Du dicke Eule! So! Jetzt aber! Einmal verwandeln! Und zack! Und hier! Und! Peng! Schweinebär! Und dich auch noch! Peng! Oh! Ich seh schon da unten! Wui! Jawoll! Aha! Aha! Lass mich raten! Hier sind überall Fallen versteckt! So! Die hätten wir... Ja! Einen Mindestanteil brauche ich ja wohl für das Tor! Deswegen werde ich da mal ein Fischchen mehr sammeln! Jetzt hier! So gut es geht eben! Ich lege keinen Wert auf Vollständigkeit! Ihr wisst ja wie ich das handhabe! So! Die will ich aber alle! Hm! Ein bisschen schneller bitte! Ich hab heute noch was vorher! Dankeschön! So! Dann drehen wir den ganzen Spieß wieder rum! Wui! Nein! Nein! Oh Gott! Alles knapp! Äh! Ich möchte eigentlich ungerne jetzt das machen was von mir verlangt wird! Da musste irgendwo eine Blase sein oder? Ach Gott! Nee! Ah! Ich muss zwirbeln! Zwirbel! Die Macht des Zwirbelns! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das wird wöbel! Äh! 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 Wat? Achso! Ich muss hier! Oh! Das war knapp! Mein Schild hat mir das Leben gerettet! Gerettet! Tätet! Hochmädchen! Wuh! Auf zu wirbeln! Oh ja! Oh ja! Ich habe aber schon festgestellt! Wenn ich mich darauf konzentriere durch den Level zu kommen anstatt diese Dinger aufzusammeln dann geht es eigentlich ziemlich gut! Apropos ziemlich gut! Wie komme ich jetzt da hoch? Haha! Ah! Okay! Aber die kriege ich nicht alle oder? Nee! Die kriege ich bei weitem nicht alle! Ach Gott! Na gut! Die zumindest! Ach komm! Ich schiebe die Kiste nochmal zurück! Das ist es mir jetzt wert! Am Ende fehlen mir ein paar Punkte und dann ärgere ich mich! Achso! So geht es ja schneller! Ja! Könnte man mal machen! Na! Du sollst hier! So! Wunderbar! Und jetzt brauche ich die Kiste wahrscheinlich vorne wieder! Deswegen mache ich das mal so! Ähm! Hier nochmal! Oh yeah! Mehr Steinchen! Ja! Wunderbar! 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 Alle meins! Na komm schon! Äh! Mann! Oh! 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 Wunderbar! Egal! Ich habe wahrscheinlich schon wieder etwas verpasst, aber ich möchte gerne hier weiter! Danke! So! Ohhohohoho! Fies! 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 Diese grünen Teile wieder! Upsala! Spring! Oh! Exit! Hey! Yay! Haha! Okay! Okay! Ich will jetzt keinen Speedrun hier draus machen! Aber! Ne? Warte mal, wie viel habe ich denn schon gesammelt? Eulennest. Oh, mehr als die Hälfte. Ich sage ja, man braucht eigentlich gar nicht so viel. Und ich bin jetzt hier. Na gut. Den mache ich noch. Dann mache ich mal wieder eine Pause, Leute. Dann reicht es auch mal wieder. Ich denke mal, für den Endboss brauche ich wahrscheinlich eh eine halbe Stunde. Von daher ist das schon okay. Euioioioi. Ich will mich auch nicht unbedingt abhetzen. Aber manchmal lohnt es sich wirklich, nicht mehr den Rest zu durchsuchen. Es soll ja auch mehr... Es soll ja auch mehr ein Anreiz sein, dass ihr das Spiel vielleicht selber kauft und selber spielt und selber erforscht. Wenn ihr Wert auf Vollständigkeit legt, auf Achievements, dann könnt ihr da selber gerne alles sammeln. Eh. What's up? Na, man sollte nicht unbedacht seine Fähigkeiten hier einsetzen. Geh weg, dicker Kugelfisch. Machen wir wieder rockig. Vielleicht geht es dann einfacher. Und ich bleib unten, wo mich die Dinger auch erwischen. Sehr gut. Ja. Hätte man ja wissen können, ne? Hätte man wissen können. So. Weg mit euch. Weg, weg, weg. Erzähl mir nicht, dass Quallen so schnell schwimmen können. Das habe ich noch nie gesehen. Die Dinger, die lassen sich mehr treiben, als dass sie schwimmen. Ekelhaften. Ekelhaften. Oh Mann. Wie oft ich halt an einer Stelle sterbe. Das darfst du keinem erzählen. Darf man keinem erzählen. Ist ja peinlich. So, komm. Rauf hier. Und jetzt warte ich einfach. Bis diese bösen Sägeblätter, Schrägstrich Windmühlen sich hier hingedreht haben. Dann hätte ich die andere gebraucht. Ja, ist gut. Ist ja gut. Dafür können wir ein bisschen mehr die Musik hören. Das ist auch schön, oder? Das ist wunderbar sogar. So, komm. Weg, weg, weg. Ah. Warum? Warum ich jetzt springen sollen? So eine Kerke. Nein. Hau ab. So. Ich muss wieder gegen den Drang ankämpfen, hier Sachen rauszuschneiden. Weil es wahrscheinlich total ätzig ist. Ey, komm schon. Es muss doch reichen. Penner Fische. Hau mal ab jetzt. Okay. Ich ziehe meine Aussage vielleicht zurück, wenn ich hier doch noch ein bisschen länger brauche. Dann. Nein, was mache ich denn? Bitte respawn, danke. Okay. Und? Och, nö. Du, Kackvieh. Ich hätte wahrscheinlich... Ja, ich muss erst mit der gelben drauf springen und dann das Ding aktivieren. So war das. Dieser dummer Oktopus, oder was auch immer. Mann, ey. Die Schalter wieder an den unmöglichsten Stellen die ganze Zeit. Das ist unglaublich. So, jetzt. Peng. Jetzt gehst du rauf, Kerle. Danke. Oh, komm. Ey. Also so langsam reicht es mir. So langsam reicht es mir echt. Da wird man aber auch nicht vorgewarnt. Von wegen, ja, du könntest mal vielleicht einen Speicherpunkt gebrauchen. Nein. Wir hätten ja wieder ein Windrad an den Hals. Beziehungsweise so eine fette, böse Kreissäge. So, jetzt aber. Verrecke. Okay. Jetzt langsam. Kann ich da klettern? Ja, kann ich. Ah, ja. Ja, ja, ja. Da warst du schon, ne? Hab ich gesehen, Kuppel. Hab ich gesehen. Och, komm, jetzt ist ein Speicherpunkt. Ja, danke. Endlich. Äh. Da, da, da. Uh. Was ist das denn? T-Rex. Uh, du, 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 du. Alter Schwede. Ist nicht fies, ne? Eu, 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 eu. Komm mal, die glücklichen Sonnen. Und da sind's Totenschädel. Ja, den will ich noch. Egal. Ist mir so egal. Nein. Was mach ich denn? Ne, ernsthaft? Fallen die jetzt die ganze Zeit da runter, die fetten Eulen? Das ist nett. Das kann man, kann man mal machen, ne? Kann man mal machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das gemein, ey. Ist das gemein? Oh Gott, ist das fies. Warte mal, ich will jetzt eigentlich gerne noch wissen, was da oben ist. Oh. Ach, komm. Nein. Nicht alles nochmal, nur weil ich so neugierig war. Ach, komm, egal. Fliegen wir gleich in die Stacheln, ne? Was soll's, ist ja egal. So. Könntest du mal ein bisschen schneller machen da unten, ne? Manchmal. Also nicht, wenn du mir hinterher kommst, aber wenn du von mir raus, vorne raus fliegst. Oh Gott. Ah. Ne, ne, ne. Das ist so geil. Egal wann ich wechsle, das passt irgendwie immer, dieser Wechsel. Von wegen, äh, rockig und süß und dann wieder punkig und... Na, komm. Na? Schnell durch. Ah, lalalalalalalalalalalalalala. Komm, ich geh erst mal einen Speicherpunkt holen. Geht das überhaupt oder geht dann die Blase kaputt? Naja, geht nicht. Egal, oben wäre wahrscheinlich nur ein Secret gewesen. Oh Gott. Ist das gemein? Da kommt der Boden hoch. Ah. Och, kek. Kecke. Schnell, 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 schnell. Flieg und Sieg. Oh, was? Ach so. Ach so, daneben war Holz. Da komm ich durch. Ja, ja, okay. Ja, ja, okay. Ist ja gut. Hier komm ich durch. Was? Hallo, hier komm ich nicht durch? Was? Hey, Leute. Können wir mich nicht an... Was? Was? Ey, ich komm noch nicht durch. Habt ihr es gesehen? Ich komm hier nirgendwo durch. Es geht einfach nicht. Ja, ist gut. Was soll ich tun? Habe ich was verpasst? Hier zeigt der Pfeil hin, aber... Oh, ach so, da sind Steine. Oh. Ich dachte, das wäre Holz. Komm ich nicht durch oder so. Moin, komm ich durch. So. Da oben. Einmal macht es kaputt, noch wieder nicht. Ich verstehe das nicht. Oh, Teleport. Okay. Wasser andrehen. Also Marsch und hochschnell. Wahrscheinlich ist das noch zeitbegrenzt, so wie ich die kenne. Wenn ich es nicht rechtzeitig schaffe, dann sinkt es wieder ab oder sowas. So, Späße. Mach ich da durch? Nö, natürlich nicht. Mann, oh, das teest mich jetzt so ein bisschen, dass daneben was war und ich hab's verpasst oder so, ne? So, so, so. Äh. Holst du dir? Über... Äh, 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 äh. Das ist so mies, da kriege ich ein Schutzschild. Und dann kommen Stacheln, wo ich eh so instant drin sterbe, quasi. Ganz nett. Ach, jetzt bin ich hier. Ja, ja. Ich verstehe. Nein. Bleib doch. Warum kann ich mich da zurück teleportieren? Das ist ein bisschen sinnlos fast schon. Boing. So. Ach, sieh mal, das sind wieder diese Flipper-Teile. Aber brauche ich nicht. Haha. Brauche ich nicht. So. Wieder einfach mal ganz fies, wie der Stacheln versteckt sind, so klammheimlich, ne? So. Lass mal hoch. Oh, Gottes Wasser. Das Wasser. Das Wasser. Ach, pfeif auf die paar Kristalle. Also, das Spiel, ne? Manchmal ist es ganz schön gemein. Also, eigentlich die meiste Zeit, aber... Kann man ja mal verschmerzen. Ach so. Warte. Das, 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 das. Das schaffe ich doch. Na. Hast du das Ding jetzt kaputt? Macht's doch nicht. Ach, das ist eine Kletterwand. Na denn. Oh, oh. Ich wollte gerade schon sagen. Wäre ich jetzt auf dich draufgesprungen, wäre das wieder mein... Na, halbes Todesurteil. Ich hab ja noch Dingens hier, ne? Ui. Oh. Ah, ah, ah. Schädel, Schädel, Schädel. Verdammter, Schädel. Jawoll. So. Nein. Na, egal. Ich leb noch. Ich leb noch. Ihr kriegt mich nicht, ihr Schweine. So. Und weiter geht's. Juhu. Ach ja, da oben ist wieder... Krempel, ne? Oh, holst du dir, holst du dir. Ne, schnell, schnell, schnell. Hier durch. Ah, nicht so weit hoch. Nicht so weit hoch. Oh, 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 oh. Mach auch nicht so weit runter. Ich glaub, soll ich ganz so an, ganz so an. Ah, du fette, fetter Ur-Ding irgendwas. Oh, 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 oh. Nein, 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 schnell. Ah. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ich kriege da noch was. Nein. Nein, wie fies. Ich muss doch mit der Blase durch, oder was? Ich wollte mich echt verschaukeln. Also unmöglich, du. Oh, 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 Gott. Nein. Es hat so gut geklappt beim ersten Mal. Und jetzt mach ich wieder noch Mist. Das ist doch immer so. Na, du blödes Vieh. Ich glaube nicht, meine Bubble. Die brauche ich. Können Sie nicht ein paar Kaugummis mitnehmen, Mädchen? Das muss doch möglich sein. So, wenn die Musik nicht so toll wäre, ich hätte manchmal schon keine Lust mehr drauf. Ganz ehrlich. Oh, komm. Oh, 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 oh. Oh, 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 du Dreckvieh. Komm nicht genau in den Moment, wenn ich da durch will. Das ist doch unglaublich. Man muss hier so schnell sein, sonst schafft man es nicht. So, jetzt warte ich aber. So, hau ab. Hau ab. Hau ab. Blöde Eule. Nein, 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 nein. Oh, Mann. Man muss hier wirklich mit der Blase durch? Durch den engen Gang hier wollte ich mich echt verschaukeln. Das geht doch nicht anders. Wie soll ich das sonst machen? So. Jetzt ein bisschen mehr Geschwindigkeit in das Ganze reinbringen. Ich glaube, es geht wirklich nicht. Ich glaube, ich kann da nicht anders hoch. Aber warte mal. Nee, das reicht nicht aus von der Zeit, oder? Ja, so ein fettes Vieh kommt. Das geht doch gar nicht. Nee, das geht gar nicht. Ey, wie soll ich denn da hochkommen? Ich muss die ganze Zeit die Blase haben. Das ist so krank. Das ist krank. Ja, genau. Das ist einfach nur krank, Leute. Ich schwöre es euch. Das geht gar nicht. Das geht nicht. Schnell durch. Ey. Ohne Spaß. Ja, da kann ich mich gleich wieder sterben lassen. Wie soll ich da durchkommen? Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ich komme in diesen grünen Viechern nicht anders vorbei. Das geht doch nicht. Da, komm. Zack, zack, zack. Ja, es funktioniert einfach nicht. Ich komme da nicht anders vorbei. Ach so geht's. Ja, so könnte man es auch machen, ne? So, jetzt schnell hier rauf. Ich möchte mal wieder einen Speicherpunkt. Ja, danke. Danke. Okay. Ach, das ist eine Wolke. Okay. Ja. Ich muss auf einmal die Kamera so nah ran. Bisschen ungewöhnlich hier so nah ran gesumt. Okay, muss ich da rauf? Oder? Ach, ne. Ja, toll. Hätte ich gleich so machen können. Komm. Dumm ist viel. So. Ja. Sie kann aber auch nicht mehr springen dann. Das ist sehr unpraktisch. So. Oh. Pfff. Das ist so unfair manchmal, dieses Spiel. Einfach so unfair. Aber das kriege ich hin. Oh Gott. Ja, ja. Kriege ich hin. Mal sehen. Mal sehen. Na? Yay. Konzept Art. Ah. So. Na, was mache ich denn? Machen wir die gleich. Und schnell hoch, 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 hoch. Jetzt ist es ein Kürbis. Ja klar, ist es jetzt ein Kürbis. Muss ja, ne. Muss ja was Nettes sein. Was nicht Aggressives. Keine Steine an der Kugel oder sowas. Nein, es muss ein Kürbis sein. Mann. Na. Aha. Aha. Ich pfeife auf die Steine. So. Okay. Und jetzt zwirbel ich mal. Besser ist es. Bin die Zwirbelmeisterin. So. Yay. Da geht's weiter. Ich glaub's gar nicht. Wuss. 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 Genau. So. Wie mache ich das? Ups. Nein. Ach, hier ist wohl das Kürbisland. Da kommen die Kürbisse her. Ah. Was, was mache ich denn? Ah. Okay. Gleich ganz rüber. Besser ist es. Doin. So. Bitte Exit. Nein. Du dummes Vieh. Da trifft's mich halt nochmal. Weil ich... Hätte ich mein Schild nicht gehabt, ne? 403 von 709. Habe ich ja sehr viel erreicht. Egal. Leute. Ich würde sagen... Äh... Ja. Mal pass durch. Also. Auf vier Level plus Boss. Aber ich würde sagen, das sehen wir nächstes Mal. Das werden jetzt zwei richtig fette Folgen. Mal gucken, wie ich das mache. Okay. Bis zum nächsten Mal mit Janas ist das. Mal. No. Vielen Dank.